Einigermaßen. Wie gesagt, mir geht es heute ein bisschen besser als gestern. Gestern habe ich mich ja gefühlt wie in die Wand geklatscht. Heute geht es. Daher von meiner Seite aus heute mal ein paar Worte zum Thema Solidarität. Solidarität hat viele Gesichter. Während der Corona-Pandemie ist eins dieser Gesichter das Thema Corona-Tests. Was? Wieso? Was meine ich? Wovon redet die Frau? Ja, mal ganz einfach gesagt. Stellt euch mal Folgendes vor. Drei Personen stehen an einem gedeckten Buffet. Und das Buffet hat nur noch die Hälfte von dem, was normalerweise da ist. Es dauert ein bisschen, bis nachgefüllt wird. Jetzt stellen wir uns jetzt noch mal vor, das Ganze wird noch ein bisschen dramatischer. Du hast nur noch ein Gericht auf diesem ganzen langen Buffet. Drei Personen stehen davor. Und es ist genau noch für eine Person etwas zu essen da. Die anderen bekommen es später, weil in der Küche wird ja fleißig weitergearbeitet. Wem von den dreien gibst du das Essen? Demjenigen, der ausgiebig gefrühstückt hat und jetzt eigentlich gar nicht so richtig weiß, hat er eigentlich noch Hunger? Muss er jetzt noch das zweite Frühstück hinterher drücken? Gibst du demjenigen das Essen, der sagt, oh Mensch, ich habe jetzt also zwei Tage schon nichts mehr gegessen, war jetzt hier draußen im Wald unterwegs, hatte mich verlaufen, aber jetzt habe ich aber wirklich Hunger? Oder gibst du demjenigen das Essen, der kurz davor steht, seit drei Wochen, vier Wochen nichts gegessen hat, und kurz davor steht, zu verhungern? Wem gibst du zuerst das Essen? Es gibt ein paar Menschen da draußen, die sagen, ich habe zwar gut gefrühstückt, aber weiß nicht so recht, also könnte ich ja jetzt noch ein zweites Frühstück hinterher drücken. So ungefähr fühlt sich das jetzt momentan gerade bei Corona an. Corona-Tests. Ich hätte auch gerne einen, weil ich weiß jetzt halt nicht, was ist es? Ist es Schnupfen? Ist es ein normaler, ist es ein normaler grippaler Infekt? Ist es eine Grippe, eine Influenza anderer Art? Oder ist es Corona? Mich persönlich interessiert das vor allen Dingen aus zwei Gründen. Erster Grund ist, wenn es denn Corona sein sollte, wüsste ich es ganz gerne, damit ich die Leute anrufen kann, soweit sie mir bekannt sind, mit denen ich bis dahin zu tun hatte. Aber ich habe noch nicht mal die Nummern. Ich kenne die Leute nicht, denn ich war in Supermärkten, ich war auf einer Veranstaltung, ich bin im Bus unterwegs gewesen, ich war in der Bahn unterwegs. Also kann ich das nicht machen. Aber es gibt andere Wege, Behörden könnten das. Also das ist der eine Grund, warum ich persönlich keinen Corona-Test hätte. Der zweite Grund ist, wenn ich weiß, ich habe es, dann bin ich irgendwann immun und weiß, dann kann ich noch anders helfen. Dann kann ich endlich rausgehen und tätig werden und was machen, richtig praktisch machen. Nachbarschaftshilfe und so. Und wenn ich weiß, es ist kein Corona, dann weiß ich, ja, hast gerade eine Erkältung hinterher gehabt, jetzt schmeiß jetzt nicht noch andere Viren ins Pool, bleib jetzt noch weiter zu Hause. Noch länger. Also wenn die Symptome vorbei sind, dann warte und warte und warte. Weil du brauchst doch nicht Raum rumrennen. Also ich hätte schon ganz gerne irgendwie einen Test, um zu wissen, wie lange muss ich jetzt hier noch tatenlos für mich, von meinem Empfinden her, am PC versuchen irgendwie zu helfen, anstatt rauszugehen und anderen Leuten zu helfen, die es dringender nötig hätten als ich. Das sind so für mich die zwei Gründe, warum ich gerne einen Corona-Test hätte. Jetzt mal ganz ehrlich. Dieser Wunsch von mir, der ist ein Pipifax gegen das, was Leute haben, die in einer Risikogruppe sind oder die jetzt ganz akut betroffen sind. Also wie du siehst, wie ihr hört, ich kann im Moment gerade mal vernünftig reden. Mir geht es im Moment gerade, das ist immer so wellenweise und ich weiß halt nicht, was es ist. Es kommt immer in Wellen und geht in Wellen. Aber mir geht es blendend im Vergleich zu jemandem, der jetzt gerade mit einem Herzinfarkt im Klinikum eingeliefert wird und bei dem erstmal getestet werden muss, ist der eventuell infiziert, muss der erstmal in Quarantäne oder ist das ein risikofreier Patient, risikofrei in Anführungsstrichen in der heutigen Zeit. Was ist es? Wir brauchen die Corona-Tests für die Leute, die sie dringend brauchen. Wir brauchen sie für die Ärzte, wir brauchen sie für die Pflegerinnen und für die Pfleger, wir brauchen sie für die Laborassistenten, wir brauchen sie für Polizisten, wir brauchen sie auch für den Müllmann, der auch getestet werden muss. Wir brauchen sie für die Leute, die sie jetzt wirklich brauchen, verdammte Naht. Wir brauchen sie nicht für diejenigen, die jetzt ein wenig Unannehmlichkeiten haben, weil sie mal mit dem Arsch zu Hause bleiben müssen. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Ich hätte nicht gedacht, dass erwachsene Menschen es immer noch nicht auf die Reihe kriegen, erst einmal zum Telefon zu greifen und beim Gesundheitsamt oder beim Arzt anzurufen und zu fragen, was sie machen müssen. Überall gibt es immer wieder die Empfehlung, bleibt mit dem Arsch zu Hause, obwohl ein Politiker das so nicht formuliert, sondern höflicher formuliert, aber ich darf das, bleibt mit dem Arsch zu Hause. Überall wird es empfohlen und jeder sagt dir, wenn du dich krank fühlst, geh in die Isolation, damit du erstmal niemanden weiter ansteckst und dann telefoniere mit jemandem, der medizinische Fachkenntnisse hat und damit meine ich nicht irgendwie den Schwippschwager, der in irgendeiner Zeitung irgendwas Obskures gelesen hat, sondern telefoniere mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt, setze dich mit deiner hausärztlichen Praxis in Verbindung. Falls du da am Wochenende niemanden erreichst, geh über die 116 117, such dir eine andere Telefonnummer vom Gesundheitsamt heraus, von deinem für dich zuständigen Gesundheitsamt und informiere dich dort. Aber setz dich nicht ins Auto, klatsch nicht irgendwo irgendeinem Krankenhaus vor die Füße, klatsch auch nicht bei deiner Arztpraxis auf und vor allen Dingen setz dich nicht ins Auto und fahr unaufgefordert und ohne Einladung zu einer Teststation. Das gibt es ja wohl nicht. So viel Egoismus ist doch wohl nicht mehr möglich. Also, reiß dich am Riemen, reiß dich zusammen und halte die Ungewissheit aus. Du bist nicht alleine mit dieser Ungewissheit. Wir haben alle diese Ungewissheit. Werb damit fertig. Du bist wahrscheinlich keine zwei Jahre alt mehr. Du wirst ja wohl irgendwie im Erwachsenenleben, du hast eine Ausbildung hinter dir. Du hast einen Schulweg hinter dir, eine Ausbildung hinter dir. Du stehst im Beruf als erwachsene Frau, als erwachsener Mann. Verhalte dich wie ein Erwachsener. Bleib mit deinem Arsch zu Hause und greif zum Telefon. Aber fahr nicht unaufgefordert zu einer Teststation und nimm die Tests für die Leute weg, die sie verdammt noch mal eher brauchen, die sie verdammt noch mal mehr brauchen als unser eins jetzt im Moment. Die medizinische Versorgung hängt bei uns jetzt davon ab, dass wir alle einen Teil dazu beitragen. Und wenn dieser Teil das bedeutet, dass wir uns am Riemen reißen und uns zurücknehmen und uns nicht an erster Stelle sehen, wenn es jetzt um die Versorgung geht und mal von dieser deutschen Grundhaltung ich zuerst und ich muss das jetzt sofort und auf der Stelle haben, mal zurückgehen, dann wäre uns allen geholfen. Also reiß dich am Riemen. Die Produktion ist am Laufen. Die Tests laufen an. Es gibt immer mehr Tests für immer mehr Leute. Hab Geduld. Isoliere dich. Fahr mit deiner Panik runter und reiß dich am Riemen. Sei deinen Kindern, deinen Nichten, deinen Neffen und auch allen anderen Menschen ein Vorbild. Und verhalte dich nicht wie ein Arschloch, sondern sei solidarisch. Verhalte dich solidarisch und nicht wie ein Arsch. Ist eigentlich nicht so schwer, sollte man meinen. Das zum Thema Tests. Jetzt nochmal was ganz anderes. Ich bin ja nun mal, ich weiß nicht, habe ich was, habe ich nicht. Nochmal ein zweites Thema. Handschuhe. Einweghandschuhe. Ich habe Einweghandschuhe, weil ich halt nicht weiß, was habe ich hier, was verteile ich hier möglicherweise. Wenn ich aus der Haustür gehe, was ich nur tue, um zur Post runter zu gehen, zum Briefkasten und auch das nur, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass kein Nachbar auf dem Flur irgendwo unterwegs ist. Oder wenn ich, was jetzt mal irgendwann in den nächsten Nächten mal fällig sein wird, mal zum Mülleimer, zur Mülltonne gehe, um meinen Hausmüll zu entsorgen. Dann ziehe ich die persönlich an. Hinterher werden sie entsorgt. Aber für den normalen Menschen, der da draußen ohne irgendwelche Anzeichen einer Infektion durch die Gegend rennt, sind diese Handschuhe nicht so wichtig für Menschen, als für Menschen, die in medizinischem Dienst sind, als für Menschen, die an der Kasse sitzen, als für Menschen, die in irgendeiner Form Essen austeilen, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Da werden Handschuhe, verdammt nochmal, mehr gebraucht, als bei jemandem, der quickfidel in der Gegend rumrennt und nichts Besseres zu tun hat, als anderer Leute die Zeit zu stehlen. Also Leute, reißt euch alle mal am Riemen. Wenn ihr noch zu Hause irgendwelche Handschuhe gehortet habt oder Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel, dann ruft mal bei eurer Praxis an, ob die das gebrauchen können und gebt die mal ab. Und wenn ihr euch zu sehr dafür schämt, dass ihr das gehortet habt, dann sagt ihnen Bescheid, dass ihr es vor der Haustür abgestellt habt. Seid so nett. Verhaltet euch nicht wie Arschlöcher. Seid solidarisch. Danke. 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 Danke.